Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Life mit Minigabin. Tag 4, wir haben 6 Uhr und wir haben sehr sehr viel zu tun. Sehr sehr viel. A, ich brauch Holz. B, ich brauch Nahrung. C, ich brauch Nahrung und ich brauch noch mehr. Es ist grausam. Wie ihr seht, meine Dürröl ist weg. Aber ich hab auch nichts mehr, ich hab alles weggefressen. Ich hab alles, alles ist weg. Ich habe jetzt mein Geld schon in die Packung. Oh, wir können uns ja einen Filter wahrscheinlich kaufen. Also wenn einer da ist, kaufen wir den uns. Äh, ja. Nicht wundern, hab ich abgebaut. Musste ich machen, weil ich musste ja Bilder machen für euch. Habe ich gemacht und äh, aber mit Eisen hab ich noch nicht eingeschmolzen. Weil ich hatte nämlich hier unten noch Besuch gehabt. Übrigens Besuch. Alter, zum Glück ist mir das nochmal aufgefallen. Ich hätte beinahe denselben Fehler gemacht wie in der Warsok-Mod. Ich wurde damals drauf hingewiesen, äh, warum die bei mir rüberlaufen. Weil das waren zwei Blöcke, die waren zusammengestellt. Hab ich jetzt schon wieder gemacht gehabt. Und die wären dann nicht da rüber gelaufen. Also ich weiß, dass die nicht rüber gelaufen wären. Weil ich hatte nämlich in der Nacht schon wieder Besuch gehabt. Und da hat sich der Villa bestätigt, hab ich jetzt so gemacht. Ist ne gute Idee. Ich hab jetzt so überlegt. Jetzt können die nämlich rüber gelaufen. Und wenn sie sich zu fett machen, schubsen sie sich gegenseitig runter. Haha. Finde ich ist ne gute Idee. Gut. Aber ich brauch jetzt erstmal Nahrung. Trinken. Und wie gesagt, wenn möglich, wenn er hat, Filter. Und dann eben halt Holz. Spikes haben wir ja schon, zwei Stücke. Aber die will ich ja, wie gesagt, ne, hab ich nicht gesagt, aber wie immer, erst so kurz vor der Horde aussetzen. Weil, wie gesagt, ich bin mir ja nicht, wenn die da rüberlaufen. Und, ähm, wenn Horde ist, dann sind sie weg. So. Gut, dass ich alles repariert hab. Dankeschön. Ja, ich muss jetzt den nächsten Punkt erstmal in Nahrung investieren, dass ich vernünftige Nahrung machen kann. Also, wenn ich welche finde. Ähm, ich hole it. Aber, wir werden schon sehen. Ach, übrigens. Schaut mal oben in der Ecke. Also, oben rechts. Update raus. Wir sind jetzt bei B312. Bugfixes. Das war ein großer Patch, Alter. Drei Gigabyte. Leck mich an die Füße. Hab ich auch erst gedacht. Ups. Was sind die denn? So, äh, kipp mal schnell hier nach. Ne, da werd ich keine Bücher finden. Muss nämlich, wie gesagt, unbedingt ne Werkbank kreieren. Ich will sie doch. Oh, du Eisenwerkzeug. Na denn. Ach, den lass ich jetzt liegen. Keine Zeit. Ich werd nass. Ja. Gummig auch. Na gut, die könnt ihr auch bei den Händlern diese Bücher gucken. Ich muss erst mal kicken, was mir noch fehlt. Ich glaube, zwei oder drei oder zwölfe. Warten sie mal. Ach ne, ich brauch ja Erfahrungspunkte. Da mangelt's ja. Ich muss ja hier auf auf fünf kommen. Das heißt, ich muss hier noch ein paar investieren, dass ich... Ach, du Scheißen. Na ja, die Werkbank, War schön, der Gedanke. Hab ich. Kommt drauf an, was du hast. Also, äh, das ist, brauch ich jetzt noch nicht Nahrung, das ist ja ein schön und gut, aber ich brauch jetzt erst mal das nicht. Weil das ist nämlich für Waffen und ich hätte das ja gerne für Mützen und so. Also, ne Kopflampe, wer richtig nice werdet. Oh. Das bräuchten wir später. Obwohl. Es wäre nicht schlecht. Aber, warum rede ich darüber? Ich habe gerade augenmäßig erfahren, dass das keine Rolle spielt. Na ja, gut. Schön, dass wir darüber geredet haben. Oh, Honig. Hoffe ich traue, dass ich irgendwann mal schnell weiter. Bücher! Da haben wir sie. Oh, ja. 300. 300. Das ist ganz schön teuer. Bist ein ganz schöner Heizabschneider, muss ich mal sagen. So einen Topf brauch ich nicht, brauch ich nicht, brauch ich. Aber nicht für 700, du hast wohl nicht alle Lacken am Zaun. Also, ich sehe nicht das, was ich brauche, Junge. Ich glaube, ich muss mich mehr anstrengen, wa? Ich will mich nicht mehr anstrengen. Wir haben jetzt so viel Uhr. Mach ich jetzt nochmal eine Quest? Hallo? Sei nett zu mir. Ich schaffe dir das Zeug ran. Oh! Sowas aber auch. Normalerweise müsste ich meine Hütte auf Vordermann bringen. Jetzt muss ich aber eine Quest machen. Oh, das tut mir aber leid. Schande über mein Haupt. So, genug Schande. Muss Geld verdienen. Und Nahrung. La, 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 la. Ich sammle den Punkt. Und die Federn. Ich sammle so gern. Warte, ich nicht so gern. Na doch, Inventar ist in Ordnung. Also, ist noch weit entfernt von Ordnung, aber sagen wir es so, es ist gut. Da passt noch ein bisschen was drin. Ich bin nicht sofort überladen. Na ja, gut. Aber vielleicht kriege ich jetzt auch eine richtige Pistole. Man darf ja noch hoffen, oder? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ich habe ja auch Pfeile mit bei. Janze noch nie nachgeladen. 77. Aber man kann ja trotzdem sparen. Werden die alle außen aus den Weg gehen. Plumm. Zack, Bums. Ich mit meiner Aufmerksamkeit. Oh, ein Nest. Ablenkung. Und komm ihn. Ich habe ein Ei gefunden. Es ist nicht meins. Oh, das ist bei Schreimadam, wa? Oh nee, dann ist die ja Villa da. Gut, aber dann kriegt wieder neue Stuff und so. Na ja, gut. Wad mut, mut, wa? hat sich einer gemerkt, wo die war? Ich kann schon mal sagen, ich bin nicht, also der sich das gemerkt hat. Nee, das ist leer geblieben. Na denn? Kettenteile. Hallo, ist da jemand drinnen? Drückt da jemand ab? War die, war die Frage. Wart mal, wussten der. Ach, da ist er. Es ist so ein Otto. Es ist Schreimadam, ich hab's doch gewusst. Blöde Kudi. hat die mich jetzt hier sehen, oder? Warte mal, ich geh mal da lang. Ja, ja, du mich auch. Kommt aber, kommt die jetzt, die kommt, wa? Ist die doof? Ja, Siggi! Ich nehm ne Quest an und ich krieg gleich ne Schreimadam. Ihr seid doch, böre seid ihr. Wird ich die Knifte mitnehmen können, wa? was hätt ich tun können. So. Die schreit sich da vorne eben ab und dann ist mal wieder einer da. Ach, das ist doch Mucht, das ist das. Das Mucht ich überhaupt nicht. Warte mal. Schnauze. Ist die ganz hinten ne? Evolutionsskala. Keine Ahnung. Ich hab einfach mal so ins Blaue geredet. Wie immer. am Tod. Dankeschön. So, wenn ich, nee, die brauche ich, also ich kriege die noch nicht. Ich wollte die auf Entfernung anbuften, aber steht nicht so auf Anbuften. Vielleicht mache ich die einzeln. So, ansnacken, wisst ihr? Äh, ansnicken. der dürfte ja eh Entschuldigung fürs daneben schieben. Der müsste ja eh fast tot sein. Die alte die muss weg. Die alte Stiefmorgel. Warte mal. Mann, du bist blöd, bist du. Kannst du mal bitte sterben? Geht doch. Muss man denn immer betteln? So, der ist da. Muss ich kicken, wo die alte ist. Weil die muss nie treffen. Bei meine Treffsicherheit. Da hinten ist er. So, jetzt müsste die hierher kommen. Mich aber nicht sehen, dass ich die Pfeile aufgesammelt habe. Aha, sag ich doch. Bleibst du da stehen? Dann kriege ich die nächste rein jetzt. Wo wird, wenn ich treffe? Oder auch nicht? Aber man hat ja mehrere Versuche. Und sie bewegt sich, die blöde Kröte. Ey, sag mal. Mann, du blöde Plumpskuh. Bleib stehen. Gut, dann würde ich trotzdem die Treppe machen. So. Öh, das ist zu weit. Kannst mal dich drehen und in diese Richtung laufen. alle Dude, ich habe mitgekriegt. Ey, sag mal, was ist denn das für ein Bogen? Das liegt natürlich nicht an meine Skids. Weil die sind ja nicht vorhanden. Ah ja. Sag, du stirbst. das ist natürlich meine Mann, die Treppenmusik hoch. Auf, hier mit kriegt eine Krise. Also, nächstes Mal kriegen sie eine Ahre. Sag mal, die warst nichts. Oh, da ist ja noch einer. Und der hat das nicht mitgekriegt? Das hier Krieg der Welten war? Es ist Joe Cocker. Und drin und weg und achso, der liegt auf dem Boden. Simulant, du. Ich habe nichts gesagt. Mama. Der ist böse. Komm, entgegen. Bin netter. Auf der Seite kommt auch noch einer. Mann. Brauch mehr Pfeile. Vor allem bessere Pfeile, die treffen. Alter, mich lichtet nicht. Mich und mir verwechselt nicht. Kommt bei mir nicht vor. Ich habe ein Level. Bedeutet, wenn ich jetzt noch was treffe, nahrungstechnischerweise, also, wenn ich das hier Skilled habe, kann ich denn so ja, nahrungstechnischerweise vielleicht über... Oh, Nahrung! Hör auf zu sappern, Kabin. Gleich inhalieren. So. Ich fühle mich gleich so ein bisschen stärker, wisst ihr. Quasi fast übermütig. Noch was gehört. Hallo, Mister. Könnten Sie mal bitte aufstehen? Ich sehe Sie nicht. Ach da. Rektal. Oh. Das war fies. Mann, Alter. Ach so. Der ist schon tot. Moins. Mann, ich kann ja heute wieder springen. Aber Ausdauer habe ich trotzdem nicht. Oh, der war zu schnell. Mann, Für den Kaspar Heinz. Ein Tuch. Nee, doch nicht. Er hat mich gehabt. Allet für den Club. Ich sage euch. Manni. Nischt. Was haben wir hier drinnen? Oh, ja. Ja. Baue ich jetzt nicht ab. Komm später. Ich muss erst mal hier durch. Nein, ich schreibe erst mal wieder eine Rundmehl. Und das zweite Mal. Na, wie oft willst du Tee drücken? Oh, Mann. Manchmal bin ich auch. Aber nur manchmal. So, warte mal, den Plastik nehmen wir mit. So. So. Jetzt müssen wir die da drinnen auch ein bisschen abmurcheln. Natürlich kommen die nicht eins in. Oh, da ist ein Nest. Soll doch nicht nachtragend sein. Yay. ist heute nicht mein Tag. Und gestern nicht und vorgestern. Wir kriegen das schon hin. Oder auch nicht. Ey, so langsam wäre ich sauer. Uah, der Bessie. Ab und zu sollte ich mal auf die Zombies achten, Ob die unterwegs sind oder nicht. Sie. Ausdauer. Ne, warte mal. genau. Ausdauer. Ausdauer. Abstand. Reparieren. Das dauert ein bisschen länger, aber es muss ja so. Wir machen da einen Seitenwechsel. und es zieht sich. Oh, echt jetzt? Er steht vor mir und ich ziehe da. Ne, das hat nichts mit Zielen zu tun, wenn es so weitergeht. Der muss ja bloß eh mal richtig treffen, denn sieht auch anders aus. Moins. Also, die Pfeile wiederfinden, es gibt mal eher nichts zu unser Ding. Hey, endlich! Du alter kleiner Dreck. Gut, gleich ein bisschen ins Köpfchen mehr zielen und so. Hallo? Wir den wieder haben. Hallo, da ist noch ein Pfeil. Dankeschön. Ja, wie ihr sagt, ihr seht, aber das ihr seht, ist für mich zu klein. Warte mal, ich gehe aber jetzt da nicht so runter, die ganze Fäsen. Ich breche von unten durch. Gleich. Gleich. Gleich brechen wir durch. Knochen. Knochen. Kann ich durchbrechen lassen? Jo. Das geht hoch. Warte mir doch die Arbeit. So, na denn, brechen sie mal bitte. Hier bin ich. Achso, da ist ja eine Tür. geht nicht auf, muss ich ja ein bisschen Mühe geben. Ey, da haben wir ja richtig Glück, das ist eine Eisentür. Ich helfe dem mal. Ich komme dem quasi entgegen. Dankeschön. Und ich habe keine Ausdauer. Nur weil ich denen geholfen habe. Nur weil ich netter bin. Oh, warten wir mal, vielleicht sollte ich den Dach mal so machen. Nee, ich sollte so machen. Jetzt geht der Chumel an uns. Ohne mal ein bisschen Fersen gilt, weil du bist erbeladen. Da sollte ich lieber die Ausdauer Ausdauer sein lassen. Die sind nämlich nicht mehr vorhanden. Und das ist nicht so gut. Oh, echt jetzt? Alter, das kann nicht sein, oder? Da kommt auch noch neul an Energy zu. Weil der Kabin, oh, er hat seine Taktik komplett vergessen. Er wollte darauf nicht mehr looten. Bis die Quest geschafft ist, das wird wahrscheinlich mir zum Verhängnis. Moins. Wer er da ist, bin ich da. Meine Ausweichtaktik. Die kennt er nicht. Alter. Kleiner Dreck, ja du. So, ich werde mal irgendwo was leer versuchen, loszuwerden. Ich glaube, das ist für mich jetzt erstmal besser. Weil hier strömert noch ihn herum. rum. Also, heißt das erstmal zu dem Mirror. Oh, der Mirror ist mein bester Freund. Ich lasse mir ein bisschen Zeit. Keine Panik. Ja, ja, der wird so oder so kommen. Siehste? schon besser. Yay. So, wo ist denn der jetzt hin? Der will da rinnen. Hallo Sie, was machen Sie denn da? Äh, lassen Sie mal bitte das Auto in Ruhe. Zwei Stunden später. Wies. Und noch ein Stück nach hinten. Ja, wies nicht. Von den Stücken nach hinten. Ach, Mann. Ui. Ich hab da was gehört. Genau, den hab ich gehört. Warum müssen die sich denn alle einmischen? Ups. Keiner gesagt, dass er es machen soll. Ups, ich hab keine Pfeile mehr, wa? Tatsache. Alter, ich hab über 70 Pfeile verprasst. Oh, ich hab keine Aufsache mehr. Oh ja, und der ist jetzt auch da. Na toll. Aber er hört ja nur dazu, ne? Ja, dieser Lulatsch. Wittes Dud, äh, der muss weg. die anderen sind bloß Gast. Tick. Gast, tick. Echt, jetzt hab ich keine Pfeile mehr. Das ist immer, ich hab das nie gesehen. Mein Mikrofon war dazwischen. Warte mal, ich geh mal kurz hier rüber. Ausdauer. Hui. Ja. Ausdauer. So, warte mal, jetzt muss ich langsam umschwenken auf normale Angriffe. ist auch nicht mehr möglich, ey. Junge, nee, wat bin ik für ne weichmoost? Wat Energy anjät. Dankeschön, aber blöd ist, du hast die ganzen Pfeile. keine Ausdauer, leck mich. Ich geh jetzt da rin, vielleicht krieg ja jetzt wat zum Naschen. muss ja nur schneller sein als die. Oder ein Knüppel, dit is auch jut. So. Position hab ik auch, aber leider brauch ik die jetzt nicht. Haha. Baum isen ja jetzt auf jeden Fall so schnell gewesen. Kann mir dit mal jemand erklären? Ist der doof? Ich werd ihm dit erlaubt. So, ähm. Der doof ist sicher. Ja, ich weiß, ich hab schon wieder gelootet. Apropos looten, warten sie mal. Wenn der jetzt nicht da ist, komm ik ja an die Pfeile ran, ne? Die müssten ja noch da sein. Haha, Ena is noch da. Ist ja mal nice. Spitze. Warte mal, wenn ik jetzt ik jetzt ik paket einsammel. Denn ist die sind alle biete da drinnen. Willst du mich verarschen? Ich muss die irgendwie rauskriehen. Hallo, Leute. Kommt doch mal bitte da raus. Ik muss. Ist noch nicht, wo ik ran muss. Äh, da oben dran, aber. Ik kann ja. Dann kommen die ja hier hoch. Ik muss na unten. Genau. So. Das war doof. Das nehme ich da drinnen. Boah, Jens. Schönen Tag. Ist es von der anderen Seite oder wat? Oder wie? Na ja, von der anderen Seite gegen Ditschen. Na, warten Sie mal. Das hat schon zu lange gedauert. Warten Sie mal. Ja, ja. Sie mich auch. So. Nee, da ran. Ja. Oh. Ik hol mir den Rast später, Leute. Obwohl, jetzt kan ik dat ja eigentlich... Ach. Jutip muss ja nicht rennen. Warten Sie mal. Ach, jetzt kommt der Gierteufel will er durch. Hoffentlich bereue ich das nicht. Na, obwohl eigentlich, äh, sterben ist ja jetzt eigentlich total... Hm. Egal, wollte ich gerade sagen, weil... Ich hab die Quest ja geschafft. Oh, kannst du mir nicht mehr nehmen. Bitte nehmen Sie mir nicht. Hallo. Ist ja keine da. Hab kein Schwein. Schnellrinder. War doch ja nicht so kompliziert. Ich hab alle durch die Kontrolle. So, gut. Ich kann ja Sachen, wie gesagt, verkaufen. Denn hätt ik ja will alle da. Ich weiß, ich hab die in der Kiste nicht gelootet, aber das ist mir zu riskant, wenn ich gesagt habe, die Hannes am Arsch hab. Erstmal ditto und dann können wir ... Danke. Das hab ik mir schon immer gewünscht. Da wüsse ich gar nicht, ob dat so gut ist für uns. Vor allen Dingen, weil unsere Hütte ja so gut ausgestattet ist, aber dat Zeug ist auch nicht dat beste. Ich nehm dat mal. Schild drauf. Was hab ich denn jetzt an Kohle gekriegt? Hab ich überhaupt was gekriegt? Du Halsabschneider, Dann machen wir ihm halt nochmal... Alter, ich glaube, ich hab jetzt fast mehr Geld gekriegt, als durch die Quest. Nur mal so nebenbei. So, jetzt zieh ich nochmal schnell zurück. Das ist mehr. Ich gucke mir jetzt was zum Essen. Scheiß drauf. Die wehen nehm ich. Die zwölten jetzt hinter. So, warten sie mal. Da. Gibt Nahrung 5, äh, 5 W. Gesundheit und Wasser Zähne. Naja, ist ja genau dat, wat ik brauche. Rinn in den hohlen Zahn. So, dann schaffe ich dat nämlich auch nochmal zurück. mir die in die Kiste zu schnappen und dann zu sterben. Weil, wie gesagt, ach nee, ich bringe erstmal den ganzen Scheiß nach Hause. Wie gesagt, der Verlust wäre schon hart. jetzt ist nix da, aber trotzdem hart. Wie gesagt, hätte ich ja komplett für null heute gemacht. Kann ja danach nochmal hingehen und den Rest holen. das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und ihr könnt ja schon mal gucken, was das Wasser sagen tut und das schon mal abkochen. Das ist noch eine bessere Idee. Ich hab noch ja nie, muss ich noch das Wasser abkochen, Holzmusik auch noch machen. Das war eine sehr, sehr gute Idee, eine Quest zu machen. Das hat uns technischerweise bestimmt ganz nach vorne gebracht. Naja. Meine Sprungskills. Sie schwinden. Also, ich musste vielleicht ran machen, weil wenn du Hunger hast, kannst du nicht so hoch springen. Erstmal muss ich da ran. So, äh. So rum. Den schmeiß ich da hoch. Erstmal rin. Also, erstmal wird alles, was Munition an jenen tut und Waffen für das große und die Anze gesammelt für den späteren tot. Ey, warte mal hier, das kann ich auch nur inhalieren. So ist es. So, jetzt mache ich mal den hier und dann zack, boom, es fertig. Sieht doch noch einen Plan aus. Jetzt müsste ich bloß noch für meinen Plan Holz haben, dann sind wir auf dem neuen Stand, äh, auf dem besseren Stand zu oben. Ne, ist doch richtig. No, 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 no. Ich bin zu faul. So, jetzt einfach mal hier durch. Nicht sterben, bitte. Schnell durch, schnell durch, es sieht mich niemand, es sieht mich niemand, niemand ist da, niemand ist da. Siehste, habe ich doch gesagt. So, jetzt holen wir uns den schnell wieder und dann können wir auf den Weg zurück, Holz. Zerdeppern. Na, wenn jetzt mir einer im Weg kommt von die Hannesse, dann zerdeppert die auch. Zerdeppernerweise. Die erstmal durch den Rest. Ich lute, was noch da ist. Nichts. Naja, stimmt nicht, ganz, hier ist noch ein bisschen was. Schön Eisen, gratis. Das ist Schrott. Haben wir schon. Ah, Nase hoch. Wo sind die jetzt hin? Sind die ausgewandert? Ich komme von mir, ja. Da nebenan waren wir ja auch noch nicht. Alter. Meins. Bitte lass einen Hammer drin sein. Oder eine Ratsche, eine Ratsche wäre geil. Ratsche brauche ich. Ratsche ist cool. Es hätte so schön sein können. Naja. So. Hallo. Tatsache. Ich hätte meinen Hallo sparen sollen. Na denn. Aha, ich bin zurück mit Ausdauer. Ausdauer des Todes. war es jetzt für die im Ausdauer des Todes. Wahrscheinlich für mich. Ich habe nämlich Kino. Ja, ist verwirrt. Ich habe er jetzt auch. Wenn ich nicht, wie es hat er eben sollte. Da ist ein Hundearsch. Alter, zum Glück hat er uns nicht angegriffen. Ich wäre so im Arsch gewesen. Mein schöner Arsch. Der sich gerade an den Pille angefasst. Oh, Schwein, du. Oh, Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Lalalalala. Lalalalala. Die Ausdauer, die sind bei Elküller. pingelig heute. Ha, hat ihn aber nichts gebracht. So, ich darf nicht so weit ran gehen. Der darf nicht so aggro werden. Es sei, ich bin schneller als er. Rinn damit. Rinn damit. Da ich jetzt nicht rin. Wie gesagt, da ist nur Wauzi. Wauzi brauche ich jetzt. nicht. Ich habe den nicht gesehen. Und das gerade meine Tasche. Warum sollte ich nicht machen? Das wäre ja doof. Nee, heute nicht. Also Leute, ich würde mal sagen, das war heute erst mal so ein bisschen erfolgreich. wenn ihr auch sagen tut, das ist, naja, das ist gerade so okay. Dann würde ich mich über ein Däumchen, Träumchen freuen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Macht euch einen schönen Tag. Ich bin dann erst mal raus. Tschö. 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 Tschö.